Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Das Thema Hauptsponsor begleitet uns ja nun schon seit dem Frühjahr, als Gazprom vollkommen richtig so auch abgesägt wurde und Viva West kurzfristig eingesprungen ist. Und nun könnte es in der Thematik auch nochmal Bewegung geben. Generell hat ja unser neuer Vorstandsboss Ben Schröder schon erklärt, dass man auf Schalke nicht mehr mit diesem einen großen Hauptsponsor plant, sondern das eben gerne auf drei Schultern verteilt. Ein Trikotsponsor, ein Trainingssponsor und eben ein Sponsor für die Knappenschmiede. Der Trainingssponsor wurde ja mit HHS schon gefunden, ein neuer Trikotsponsor, sprich der Hauptsponsor sozusagen, aber ja noch nicht. Aber ihr habt ja sicherlich auch schon mitbekommen, dass wir Fans erst die neuen Trikots, der jetzt schon veröffentlicht wurden, erst am 15.07. kaufen können, sprich in gut einer Woche. Und das hat nämlich auch einen bestimmten Grund. Es besteht nämlich die Chance, dass wir bis dahin einen neuen Hauptsponsor finden können. Schalke sei laut Sky da auf jeden Fall auch zuversichtlich, möglicherweise Vollzug melden zu können. Sollte es aber bis dahin nicht geklappt haben, dann bleibt Viva West höchstwahrscheinlich noch das eine Jahr an Bord. Denn wie Sky berichtet, wurde nämlich von Viva West diese Zeit eingeräumt bis zum 15.07. um eben dann auch Entscheidungen treffen zu können. Denn klar ist auch, man wechselt nicht einfach mal so während der Saison den Trikotsponsor. Entweder macht man es vorher oder natürlich, wenn es spezielle Fälle gibt wie Gazprom zwischendrin. Aber das ist ja normalerweise nicht üblich. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir beim offiziellen Verkaufsstart auch wissen, wer der Trikotsponsor sein wird. Und wenn dann Viva West auch am Trikot steht, bleibt das womöglich auch während der gesamten Saison so. Und dann gibt es eben ab dem nächsten Sommer einen neuen Hauptsponsor, Trikotsponsor. Aber wie gesagt, Schalke ist zuversichtlich, vielleicht auch sogar dann bis zum 15.07. einen neuen Hauptsponsor präsentieren zu können. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anna Le Schalker.